Meiner Meinung ist es... Ja, das könnte man so sagen. Bleibt denn jetzt ein? Warte, und warte, und warte, und warte. Bleibt jetzt das Fettschwein? Rennung, aber viel Anlauf. Wer fährt von Spalt? So wie Essen halt auch heute. Du brauchst immer ein wenig länger, habe ich festgestellt. Jetzt fährt er nur da oben rum.